Einen wunderschönen, lieben, guten Morgen. Schön, dass ihr am Start seid. Auch die lieben Eltern. Shit. Also der Sniper-Schuss, der hätte nicht sein müssen. Also der hätte eigentlich treffen müssen, deswegen. Und ein Headshot. Stabil. Wir schauen mal, ob der alles da hat. Alles klar, Leute. Wir brauchen natürlich etwas Heilung. Oh, der hat eine Ska. Das ist natürlich sexy. Das hier gönnen wir uns noch. Vorsichtig, die noch. Vorsichtig. Das war jetzt ein bisschen lost. Okay, Leute. Ich bin hier. Sehr weit oben. Ich habe Schiss. Oh mein Gott. Oh nee, fuck it. Das Ding ist... Nein. Wie er mich hops genommen hat. Krass. Digga. Alter, Respekt an dieser Stelle. Oh no. Au. Au shit, Leute. Au shit. Nein, wir haben uns beide gegenseitig gekillt. Was, Eltern? Los, gieß. So, eine kleine Matheaufgabe. Und zwar, ihr habt ja zwei Balken in Fortnite. Sagen wir mal, ihr habt 78 Leben und Schild 23, ne? Jetzt schmeißt ihr ein Southpack. Ein einziges. Wie viel Leben und Schild habt ihr noch? Genau, 98. Sehr, sehr schön, Leute. Liebe geht raus. Wir machen jetzt weiter. Oh mein Gott. Wie haben wir den geholt? Alter. Also, ich habe selber nicht dran geglaubt. Oh shit. So. Digga. Oh mein Gott. Ich dachte, ich sterbe gerade. Nee, wieder nicht. Okay. Oh shit. Yo, der Broski übertreibt mal komplett seine Lage. Shit, bro. Shit, 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 shit. Bro, ich habe nichts mehr. Ich habe doch nichts mehr, bro. Oh shit. Oh shit. Er weiß nicht von wo, oder? Ja, er kann nur spekulieren. Oh shit. Oh no. Nein. Shit, Digga. Das war überhaupt nicht smart. Digga. Das kann noch nicht sein. Das kann noch nicht sein. Live-Ziemann schreibt, die mal so schlecht feiere ich, Alter. Geil. Liebe geht raus, Leute. Der war gut. Ich melde den jetzt. Du kannst mit der Steimpistole Fallschaden anfangen. Ich weiß. Ich habe es auch versucht im letzten Moment. Aber ich bin halt scheiße, ne? Aber, ja, man gibt, man gibt sein Bestes, ne? Und einfach tausend Leute schon zu, Digga. So ehrenhaft. So ehrenhaft. Leute, Liebe. Ganz viel Liebe geht. Älter. Okay, Leute. Eine Mathe-Aufgabe. Alle wissen drauf. Ein bisschen englische Vokabeln. Und zwar, was bedeutet Pickaxe auf Deutsch? Spitzhacke. Perfect. Eine Mathe-Aufgabe. Digga, diese Dinger sind so fresh. Es soll mal so ein Skin geben. Ja, wäre das geil. Nein, nein, Digga. Ich muss mir mal was überlegen für meinen Schallschutz, dass der immer abfallen muss. Leute, legt euch nicht mit mir an. Ich kille. Ich kille ohne zu killen. Boah, shit. Wie viele Leute hier sind. Boah, shit. LoL. Okay, den haben wir geholt. Ah, das ist gegen den Strom. Das ist gegen den Strom. Das ist gegen den Strom. Mit der Pistole kannst du dich boosten. Stimmt. Danke. Liebe geht raus. Oh, Kuss. Leute, ihr seid die Besten. Dankeschön fürs Folgen-Name. Oh mein Gott. 40 Leute von den 90K. Stellt euch mal vor. Wir schaffen die 90K und holen einen epischen Sieg. Leute, wir sind Top 5. Wir sind einfach Top 5. Digga, holen wir den Win. Leute, wird das ein epischer und die 90. Oh mein Gott. Ich wage es gar nicht, mir das vorzustellen. Stellt euch mal vor. Hä? Oh mein Gott, eine goldene Pump. Komm, gib ihm. Wow. Oh shit. Auf jeden Fall hat er seine krasse Sniper an. Mit der schießt er jetzt natürlich. Oh. Yo. Okay, Leute. Das könnte etwas schwierig werden. Aber hier durch den Baum kann er uns nicht sehen. Digga. Brennt eigentlich Metall auch an? Nein, Metall brennt nicht. Boah, Digga. Oh mein Gott. Ich habe mich im letzten Moment bewegt. Digga. Lol. Lol. Ich habe mich gerade so random bewegt. So random. Das hätte jetzt mein Tod werden können. Ah, Stein brennt auch nicht. Stabil. Doch, Stein brennt. Oh mein Gott, Stein brennt auch. Fall runter und stirb. Ah, Mist. Ich muss sagen, der ist gut. Oh no. Oh no. Wow. Schon wieder der Kerl. Oh, bro. Als ob das brennt. Nee, niemals. Wieso brennt Metall auch? Ist die so? Alter, wie krank diese Waffe ist. Digga. Der, der, der nimmt mich komplett aus. Ein bisschen. Ah, okay. Durch das Eisen geht das nicht. Lol. Nein, 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 nein. Ich will nicht durch Feuer sterben. Ich will nicht durch Feuer sterben. Digga, mies. Nein. Oh shit. Schade. Schade, schade, schade. Nein. Dritter Platz. Leider nicht geholt. Ich würde sagen, wir spielen jetzt Custom Games. Und wir haben die 90. Wir sind 90. Ey, Leute. Twitch, was geht ab? Leute. 90K. Oh shit. Das war der Broski. Oh shit. Ja, lol. Halt's auf. Alles klar. Der war tot. Darf man dich Stream snipen? Nein, Broski. Darfst du nicht. Heute ist Losenmontag. Also keine Schule in NRW. Stabil. Oh oh. Das scheint mir ein Bot zu sein. Also das war ein Bot zu eine Million Cent. Okay. Dann haben wir halt schon den zweiten Kill. Auf stabile Basis. Oh 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 oh. Digga. Rest in peace an dieser Stelle. Die haben mich gesehen. Oh nein, da fängt die Musik an, oder? Nein. Oh oh oh. Oh oh oh. Okay. Okay, abhauen. Abhauen. Boah, Digga, sind die nervig. Oh ne Spaß. Also es gibt nichts nervigeres auf dieser Welt. Einzelne Bot. Yo. Ich glaube, ich bin nicht gesehen. Ja. Also das war jetzt natürlich wieder ein Bot. Weil sonst hätte ich mir das nicht anders erklären können, was das gerade war. Oh shit. Oh ne. Oh ne. Als ob mich so ein Schuss killt. Like diese Video, abonniere diesen Kanal und aktiviere die Glocke. Aber wichtigste, kommentiere, Dima putzt. Damit Dima putzt. Und ich weiß genau, so wird es gehen. Dima bleibt am Ball wie Mbappé. Mbappé. Alle Leute.